Der Gläubigerschutz ist eigentlich erfüllt, wenn wir auf den Zeiten, wie wir am 31.12. abgeschrieben haben. Aufsehen, aufsehen, aufsehen. Erfolge, Potsdam. Ist nicht für mich. Ich wüsste gerne, ob das allein eine Videoshow ist oder ob es auch noch eine Audioshow gibt. Wenn Sie wollen, können Sie mich ja gerne noch eine Zeit lang vertreten. Also bitte für die beiden Herren Applaus.